Herzlich willkommen zum dritten Teil des Themas Konventionen und wir sind mitten in den Betrachtungen der Konformität. Im letzten Video habe ich euch was erzählt über Plattformkonformität und über Aufgabenkonformität, also wie wir zu der Aufgabe konform sind, vor allen Dingen, was man vermeiden muss, damit man nicht konform ist. Das war so eine typische Negativsache, die wir da hatten. Und jetzt in diesem Video soll es weitergehen mit Konventionen aus dem Bereich der Kultur. Und da können wir unterscheiden zwischen dem allgemeinen Kulturkreis, also zum Beispiel sowas wie, es wird von rechts nach links gelesen, sowas wie nationalen Bräuchen. Da haben wir zum Beispiel in Deutschland die Eigenart, dass wir Gelb mit der Post verbinden. Und das ist zum Beispiel schon in England ganz anders. In England ist die Post rot und nicht gelb. Und das ist eine ganz nationale Angelegenheit. Das kann sich ganz schnell unterscheiden, während wir diese allgemeinen Kulturkreis-Sachen mit England zum Beispiel gemeinsam hätten. Und mit Subkulturen, also sowas wie Branchen, Fachsprachen, spezielle Zeichen und Codes, all das können wir hier unter Kulturen betrachten. Und was kann da alles so hinterstecken? Schaut euch mal das Bild hier an, was ihr da seht, also hier unten seht. Was ist an diesem Bild komisch? Future made by Simcon, Chemicon, weiß ich nicht, wie man es genau ausspricht. Was ist daran komisch? Die Richtung ist komisch. Future geht doch in die Zukunft. Und alles, was in die Zukunft ist, das geht doch nach rechts und nicht nach links. Das ist ein Logo, was irgendwie eher, ja, ich werde nicht sagen rückschrittlich, aber zumindest sieht es nicht aus, als ginge es in die richtige Richtung. Wenn man es umdrehen würde, dann würde es mehr in die Zukunft weisen, dieses Bild. Eigenartig gestaltet hier an dieser Stelle. Ja, was hat das jetzt mit dieser Richtung? Das ist ja schon mal interessant, ne? Wieso ist denn eigentlich rechts die Zukunft? Ja, das wird zusammenhängen mit der bei uns auch vorherrschenden Leserichtung. Und da gibt es schöne Beispiele, wo das problematisch sein kann, wenn man da nicht an die richtige, an die Konvention nicht vernünftig denkt. Schaut euch dieses Bildchen hier mal an. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Formular hier an der Universität, das man ausfüllen muss, um die Veranstaltungskritik laufen zu lassen, wo die Studierenden dann ja sagen können, wie es ihnen gefällt. Und das Formular, gut, das ist jetzt nicht das ergonomisch Schönste, scheint mir ein bisschen schnell hergezimmert zu sein. Funktional ist es, aber es hat so seine Macken. Und wenn ihr da mal unten guckt, dann habe ich immer das Problem da, wenn ich das ausgefüllt habe, bin ich fertig, wo ist der Knopf, um diese Daten jetzt wegzuschicken? Ich finde ihn nicht. Und er ist da, er ist ganz unten links. Aber das ist problematisch an dieser Stelle, dass er da ist. Aus mehrerlei Hinsicht, der Abstand ist zu gering, der Knopf grenzt ja direkt an diese Umrahmung, die ihr da seht. Dann sind diese vielen Linien sowieso noch da und die sorgen dann auch noch dafür, dass dieser relativ dezente Knopf gar nicht zu sehen ist, weil die Linien viel prägnanter sind. Ich habe also hier auf jeden Fall Übersichtlichkeitsprobleme. Und ja, im Sinne von Leserichtung wäre es sinnvoll, der Knopf wäre nicht unten links, sondern unten rechts. Das ist eigentlich immer das, was die Leserichtung vorgibt. Ich starte oben links und ich ende unten rechts. Und das ist das, was wir auch vorsehen sollten, wenn wir sowas gestalten, wenn wir solche Formulare gestalten überhaupt, wenn wir Anordnungen machen. In unserem Kulturkreis natürlich jetzt angenommen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in einem Kulturkreis sind, in dem andersherum gelesen wird. Dann sollte man das natürlich auch anders machen. Anderes Beispiel hier. Leserichtung. Und hier habe ich mal wieder direkt abfotografiert, weil ich glaube, man zu diesem Zeitpunkt keine Screenshots machen konnte. Das ist hier mir untergekommen beim Neueinrichten bzw. nach dem Updates auf einem iPad. und ich wurde nach dem Passwort gefragt für mein Apple-ID. Gut, okay. Das ist jetzt schlimm genug, dass man die ständig eingeben muss. Sei mal jetzt dahingestellt. Aber ich habe hier ein Problem. Ich fülle das aus und ich gehe dann stillschweigend immer davon aus, dass eine Konvention, dass unten rechts dann das weiter ist, also wie ich weitermache. Und im Zweifelsfalle gucke ich da gar nicht hin, sondern klicke da einfach hin. Das ist mir schon ganz oft an dieser Stelle passiert. Ich gebe das ein, das Passwort gebe ich ein und dann drücke ich auf Überspringen. Und den Knopf, den ich hätte drücken müssen, der ist oben rechts. Oben rechts ist Weiter und oben links ist Zurück. Das ist auch okay. Aber hier unten an dieser Stelle gehört nicht Überspringen. Dann wäre da besser gar nichts gestanden. Dann hätte ich gedacht, oh, da ist ja nichts und hätte das weiter gefunden. Aber hier klicke ich falsch. Das heißt, der Handlungsabschluss, was also passiert, um die Handlung zu beenden oder zum nächsten Schritt weiterzugehen, der gehört immer nach unten rechts, wenn man unserem Kulturkreis folgt und nicht irgendwo anders hin. Oder wenn, dann gehört zumindest unten rechts nichts anderes hin. Und dann passieren Fehlbedienungen. Ja, diese Position da unten, das hat was mit Richtungen zu tun, in die man guckt, in die man sich bewegt. Und zu solchen Richtungen kann man allgemein sagen, dass es da gewisse Konventionen gibt. Die sind nirgends aufgeschrieben. Oder sie sind aufgeschrieben, aber sie entstehen vor allen Dingen durch Gebrauch und entsprechen einer kulturellen Norm, das durch Leserichtungen geprägt ist an dieser Stelle. Und das ist im Bereich der klassischen Hardware-Ergonomie schon intensiv untersucht worden, was es damit auf sich hat. Zum Beispiel, dass man sagt, wenn ich etwas nach rechts schiebe, dann bedeutet das mehr, lauter, teurer oder was auch immer. Wenn ich es nach links schiebe, bedeutet es weniger, minus, aus. Also rechts ist an, links ist aus, rechts ist lauter, links ist leiser und so weiter und so fort. Das gleiche gilt für oben, unten. Oben ist mehr, lauter und entsprechend diese Sachen. Und unten ist leiser etc. Und das Ganze kann man im Dreidimensionalen auch noch festmachen. Das heißt, nach hinten ist mehr und nach vorne ist weniger. Gut, dreidimensional haben wir in der Regel nicht. Also die zwei Dimensionen, die reichen uns eigentlich aus. Aber die gelten auch. Also wenn ihr zum Beispiel eine Lautstärke hochstellt, dann schiebt ihr den Regler nach rechts und nicht nach links. Ein Regler, der genau andersherum funktioniert, der würde der Konvention widersprechen. Und das wäre sehr irritierend in unserem Kulturkreis, wo diese Richtung so vorgegeben ist von links nach rechts. Das gleiche gilt auch für Rotation, wo man dann sagt, nach rechts drehend ist einschalten, mehr, plus, hinauf und hineindrehen. Das ist von der Schraube her so, dass man nach rechts dreht und rein und nach links drehen und raus. Aber der Punkt ist vielleicht auch nicht so wichtig. Aber nach rechts schaltet man ein, nach links aus, nach rechts macht man lauter, nach links leiser und so weiter und so fort. Wenn man solche Elemente auch im User Interface hat, und manchmal gibt es das ja, dass man so Nachbildungen von alten analogen Elementen hat und hat dann auch solche Drehknöpfe, dann sollte man sich natürlich auch hier daran halten. Und wichtig ist dann, dass von der Anordnung her so ist, dass die Dinge zueinander passen. Und das kann problematisch sein. Schaut euch das mal hier an. Hier haben wir kein Problem. Also hier haben wir, das könnte jetzt ja manchmal ein Radio sein, oben haben wir eine Anzeige der Frequenz und unten haben wir dieses Stellglied, dieses Rotationsding. Und wenn ich das nach rechts hindrehe, dann wird das mehr und der Zeiger wandert nach oben. Das ist sehr eindeutig. Ein Problem haben wir, wenn wir so eine Anordnung verwenden. Denn jetzt ist es so, wenn wir nach rechts drehen, dann müsste es mehr werden. Das würde das Rotationsstereotyp hier bedeuten. Aber gleichzeitig schieben wir quasi so im Kopf mit unserem kleinen Finger den Zeiger nach unten. Aber er müsste ja nach oben wandern. Das heißt, hier ist es uneindeutig. Hier stehen sich zwei dieser Konventionen entgegen. Das sollte man also vermeiden. Man muss dann darauf achten, dass das nicht passiert. Und das passiert jetzt hier schon nicht mehr. Also diese Richtungskonventionen sind wichtig. Und sie sind übrigens auch im arabischen Raum tatsächlich anders. Das heißt, im arabischen Raum ist es tatsächlich so, dass ich von rechts nach links lauter mache und diese Sachen andersherum bewege. Weil ich auch andersherum lese. Das heißt, da steckt sehr viel dahinter, was dann gespiegelt wird, wenn man in diese Kulturkreise wechselt. Das heißt, dann muss man auch anders gestalten. Apropos arabischer Raum. Was ich jetzt euch alles erzählt habe, galt quasi für unseren Raum, für unsere Gegend, für, sagen wir mal, die westliche Welt, wie man dann so schön sagt. Obwohl es ja auch da gehörige Unterschiede gibt innerhalb dieser westlichen Welt. Aber wenn ich in ganz andere Länder, ganz andere Kulturkreise komme, dann komme ich auch zu kulturellen Unterschieden. Und ich möchte euch hier mal gerne ein Video zeigen. Das ist aus Japan. Und was ihr da seht, ist der Beginn einer Morgensendung. Und jetzt, dann kommt ein Erdbeben. Also Japan halt. Und es ist immer ganz überraschend zu sehen, wie routiniert die damit umgehen. Aber achtet mal darauf, wie jetzt die Farben sind, wie der Ton ist, wie Einblendungen gemacht werden. Das ist sehr interessant und ganz anders, als das bei uns üblich wäre. Oはようございます. 6時になりました. NHKニュースおはよう日本です. 緊急地震速報です. 強い揺れに警戒してください. 緊急地震速報です. 強い揺れに警戒してください. 緊急地震速報です. 福島県,宮城県, Yamagat県, Ibaraki県, Tochigi県では 強い揺れに警戒してください. Ja, was habt ihr gesehen? Die Farben sind anders. So würden wir das farblich nicht gestalten. Natürlich die Verbeugung und sowas. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber zum Beispiel auch die Art der Einblendungen mit diesen starken Effekten. Da dreht sich das so schön um und macht so ein Pling-Geräusch. Oder auch dieses Geräusch, was kommt, wenn das Ereignis eintritt. Also hier das Erdbeben eintritt. Das würden wir bei uns wahrscheinlich anders gestalten. Mich persönlich erinnert es, ohne dass ich jetzt jemandem zu nahe treten will, immer an Nintendo-Spiele. Aber die kommen ja auch aus dieser Gegend. Das heißt, aus diesem Bereich, an dieser Kultur, gibt es bestimmte Konventionen, was zum Beispiel Farben und Sounds angeht. Auch wenn man in den arabischen Bereich hingeht und guckt sich zum Beispiel mal Webseiten aus diesem Bereich an, dann haben die eine andere Farbanmutung und Farbgestaltung, als das bei uns attraktiv wäre. Das heißt, wenn wir Software gestalten wollen, die in diesem Bereich große Attraktivität erreichen soll oder auch genutzt werden soll, dann sollten wir uns auf jeden Fall das auch mal angucken und das vielleicht mit Leuten aus diesem Bereich testen. Mit Farben werden ja zum Beispiel auch oft Emotionen verbunden. Da haben wir jetzt hier gar nicht drüber gesprochen. Das wäre eher so im Bereich User Experience. Aber das kann natürlich für ganz große Unterschiede sorgen. Also, dass eben bei uns zum Beispiel schwarz als die Trauerfarbe gilt, während in anderen Ländern teilweise weiß die Trauerfarbe ist. Und man möchte ja dann ungern eine Farbe verwenden, die in einer anderen Region eine ganz andere Konnotation hat. Also, da muss man vorsichtig mit sein. Wie komme ich dagegen an, gegen diese Probleme, beziehungsweise wie begegne ich Ihnen? Dagegen ankommen kann ich natürlich nicht. Die kulturellen Unterschiede gibt es ja. Es gibt zwei große Strömungen, die ich machen kann, zwei große Techniken, die ich anwenden kann. Die eine ist Internationalisierung und die andere ist Lokalisierung. Lokalisierung bedeutet, ich erkenne das an, dass das unterschiedlich ist und passe das jeweils an. Das bedeutet zum Beispiel, dass man eine andere Sprache einstellt. Das ist nochmal noch das Simpelste. Aber es gibt ja nicht nur die Sprache, sondern ich müsste dann teilweise mit der Sprache zum Beispiel auch die Farben anpassen für verschiedene Länder oder die Iconsätze anpassen für verschiedene Länder. Wenn ich zum Beispiel einem Iconsatz etwas verwende, was man im anderen Land nicht versteht. Also zum Beispiel, wenn ich in Deutschland ein Icon verwende, wo ein deutscher Briefkasten drauf zu sehen ist, so ein gelber. Das würde man schon in anderen Ländern nicht verstehen. Das heißt, ich müsste bei der Lokalisierung auch dieses Icon mittauschen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist Lokalisierung. Die andere Möglichkeit ist Internationalisierung. Und Internationalisierung bedeutet, ich versuche nur das zu verwenden, was nicht zu Missverständnissen führt. Also hier zum Beispiel mal bei den Icons lokal unverständliche Bilder zu vermeiden. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an, was das eigentlich ist, was das eigentlich heißen kann. Guckt mal hier. Wir haben oben links drei Icons im Buch, dann ein Handshake, sehen wir da, und Messergabel, Löffel. Das sind drei Bilder, die sind international verständlich, obwohl sie eigentlich nicht international sind. Warum nicht? Was ist mit dem Buch? Ja, im arabischen Raum lese ich ein Buch quasi von hinten nach vorne, wenn man das auf unseres übertragen würde. Das heißt, man müsste das genau spiegelverkehrt darstellen. Trotzdem wird das Buch hier erkannt und verstanden. Kein Problem. Ein Handshake ist nicht überall die Begrüßungsform der Wahl. Im Moment ja auch bei uns nicht. Aber ihr habt ja gerade schon in dem Video gesehen, in dem japanischen, da wird anders begrüßt. Das heißt, das ist nicht international gleich, genauso wie nicht überall mit Messergabel, Löffel bevorzugt gegessen wird. Trotz alledem ist der Handshake international bekannt und auch Messergabel, Löffel sind international bekannt und diese Zeichen sind international verbreitet. Das heißt, sie werden international verstanden. Wir haben hier kein Problem. Auch in dem Zeichen da drunter übrigens nicht. Das ist ja so ein amerikanischer Briefkasten, der mit so einem Fähnchen dran. Das ist ja eigentlich in Europa zum Beispiel überhaupt nicht üblich. Trotz alledem haben wir das schon so oft gesehen und kennen das auch aus sehr vielen Filmen. sagen wir mal gerade amerikanische Gegenstände, Artefakte sind natürlich durch Filme auch sehr stark verbreitet. Das verstehen wir. Kein Problem. Die anderen Icons, die hier stehen, sind alle extrem problematisch. Und ich fange mal mit den Händen an. Und da, ich habe nicht mehr im Kopf, was aus welchem Kulturkreis ist, aber ich weiß zum Beispiel, dass dieser Finger nach oben in einigen Kulturkreisen eine durchaus beleidigende Sache sein kann. Das heißt, ich stecke dir den Finger in den Allerwertesten. Dieses Zeichen hier kann gut und lecker heißen, wie es bei uns meistens heißt, kann aber auch für so eine Körperöffnung stehen in anderen Kulturkreisen. Und dieses Zeichen heißt in einigen Kulturkreisen, ich werfe dir Exkremente ins Gesicht. Das heißt, wir haben hier drei sehr versaute Ausdrucksweisen durch Hände. Und das ist sehr, sehr problematisch. Das heißt, auf Hände und Darstellung von Gesten mit Händen möglichst verzichten, wenn wir eine internationale Software gestalten. Jetzt frage ich mich dann allerdings, wie das bei Facebook zum Beispiel ist, die ja dieses Zeichen also wirklich internationalisiert haben. Wahrscheinlich änderte es sich dadurch auch ein bisschen. Aber ich würde trotzdem eher ein bisschen skeptisch sein und diese Sachen vielleicht nicht verwenden. Und etwas anderes, was sehr problematisch ist, ist die Darstellung von Tieren, zumindest wenn es nicht um die Tiere geht. Also, wenn ich zum Beispiel einen Hund zum Suchen benutze, als Metapher quasi, ein so Suchhund, das kann ins Auge gehen, denn in anderen Regionen stehen Hunde für, naja, werden Hunde gegessen, sagen wir mal so. Wofür sie dann genau stehen, sei mal noch dahingestellt. Über die Eule habe ich irgendwann schon mal gesprochen. Eine Eule steht bei uns für Weisheit und in anderen Regionen steht sie für den dummen Vogel schlechthin. Und ich finde, gerade wenn man sich dieses Bild anguckt, ist das sehr verständlich. Dann haben wir unten das Kaninchen. Das Kaninchen wird manchmal genommen für schnell. Also Kaninchen für schnell und Schildkröte für langsam. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen. Kaninchen für schnell. In anderen Regionen der Welt steht das Kaninchen für massenweise Vermehrung. Also schwierig. Dann haben wir ein Sparschwein. Also oben die Münze, unten das Schwein. Naja, in der arabischen Welt ein Schwein für etwas zu nehmen, ist vielleicht auch nicht so angebracht. Das heißt, man muss hier aufpassen. Das heißt, man muss entweder lokalisieren, also für eine andere Gegend, andere Zeichen verwenden, dann andere Icons verwenden oder internationalisieren und aufpassen, dass man diese Zeichen nicht verwendet. In jedem Falle sind Tests notwendig. Ich muss hingehen und muss mit Leuten testen. Unten noch ein schönes Beispiel. Da geht es mir um etwas Sprachliches und das ist Microsoft in diesem Falle passiert. Bei Heise habe ich die Nachricht gefunden, nachdem ich sie irgendwo im Kopf noch hatte, im Hintergrund. Da steht hier, Microsoft hatte die Geschlechterangaben für ein Nutzerformular aus dem Englischen übersetzt in die Wörter Baron für männlich, no especificado für keine Angaben und Embra für weiblich. Okay, soweit, so gut. Und dabei nicht bedacht oder nicht gewusst, dass der Begriff Embra in Teilen von Lateinamerika für Hure steht. Und das ist peinlich. Und das ist ihnen passiert bei Windows 2000. Und dann konnten sie das wieder einsammeln. Da konnten sie die CDs wieder zurückholen und konnten die einstampfen. Das kann richtig teuer werden. Gut, wenn man heute einen Download hat, dann ist das nicht mehr so teuer. Aber trotz alledem kann es sehr peinlich sein, wenn man solche Begriffe so falsch verwendet. Viele der Lokalisierungen haben mit Sprache zu tun. Und wenn man Sprache lokalisiert, dann gilt es, ein paar Sachen zu beachten. Denn da können wirklich Fehler passieren. Die passieren sogar sehr oft. Die findet ihr in ganz viel Software. Vor allen Dingen, wenn ihr sie nicht auf Englisch verwendet. Wenn ihr sie auf Deutsch verwendet, merkt ihr das ganz oft, dass Übersetzungen schlecht sind. Und das passiert oft, wenn die Übersetzung ohne Kontext passiert. Denn wie wird übersetzt? Man schickt üblicherweise eine Reihe von Strings. Im Prinzip kann man das in der Excel-Tabelle machen. Links stehen immer die englischen Sachen. Rechts müssen immer die deutschen eingetragen werden. Und das schickt man an ein Übersetzungsinstitut. Und das Problem ist, die übersetzen dann, ohne dass sie den Kontext kennen, in dem dieser Satz oder diese Phrase steht. Und da kann Mist bei rumkommen. Absoluter Mist. Und ich zeige euch hier ein paar Beispiele. Guckt mal hier oben. Das erste. Geerbt von Keine. Da ist wahrscheinlich eine Übersetzung von Nun schiefgelaufen. Weil Nun kann in manchen Situationen keine heißen. Aber hier müsste man wahrscheinlich eher nichts oder keinem oder sowas formulieren. Es passt auf jeden Fall nicht. In der Zeile drunter, da wurden Zeilen einzeln übersetzt. Das ist ein Problem, was man hat, wenn man User Interface einen Satz in mehrere Teile zerteilt. Schaut mal, was hier passiert. Wenn ich das Englische lese, dann steht da Roll the mouse wheel to scroll multiple lines at a time. Gar kein Problem. Rechts, Mausrad drehen, um einen Bildlauf auszuführen, mehrere Zeilen auf einmal. Passt nicht. Wenn man die Zeilen einzeln übersetzt, kann man das so sagen. Roll the mouse wheel to scroll, Mausrad drehen, um einen Bildlauf auszuführen. Und multiple lines at a time heißt, mehrere Zeilen auf einmal. Das ist richtig übersetzt. Nur, es soll ja einen Satz bilden und das tut es jetzt gar nicht mehr. Das ist das Problem. Da, das ist auch ein ganz typisches Problem. Liest man ganz oft ein und aus. Aber nach dem Einschalten ist etwas nicht ein, sondern an. Und da müsste eigentlich an und aus stehen. Aber dann macht es, man schaltet es ein, aber dann ist es an. Switch, primäre und sekundäre Taste umschalten. Nein, nein, man schaltet die nicht um, man vertauscht die. Switch them. Das ist auch wieder eine falsche Übersetzung. Natürlich könnte Switch auch umschalten heißen, wenn ich ohne Kontext übersetze. Aber hier schalte ich nichts um. Hier vertausche ich die Tasten miteinander. Da ist auf Akku, on battery, nehme ich mal an, stand da im Original. Das ist vielleicht einfach mal schlecht übersetzt. Und hier unten nochmal, was steht hier? Für diese Anzeige ist keine Stift- oder Touch-Eingabe verfügbar. Im Original, im Englischen, stand da Display. Display und Display kann Anzeige heißen. Aber in diesem Fall ist es der Bildschirm, der gemeint ist. Also für den Bildschirm ist keine Touch-Eingabe verfügbar. Nicht für diese Anzeige. Hier sind also Fehlübersetzungen, die sind jetzt alle aus Einstellungen im Bereich Windows. Da habe ich eine Menge davon gefunden. Aber nicht nur da. Schaut euch das hier an. Hier sind wir bei Apple. Und wir haben das Problem, dass Worte, die in einer Sprache gleich sind, nicht in der anderen Sprache gleich sein müssen. Da habe ich zwei schöne Beispiele dafür oder sogar noch ein paar mehr. Schaut es euch hier an. Hier steht, das ist aus Keynote hier raus, wenn ich also eine Linie zeichne. Das ist aus Keynote, wenn ich eine Linie zeichne, dann gebe ich an, wie diese Linie ist, ob sie gestrichelt ist oder was sie ist. Und da steht Line für Linie. Okay. Und es ist auch mit Linie übersetzt und entsprechend wurde Lines mit Linien übersetzt in der Übersetzung. Sehr sinnvoll. Wollen wir uns nicht beschweren. Nur, wenn ich jetzt in die Textverarbeitung gehe, Pages heißt die und habe da den Abstand zwischen Zeilen oder auch in Text in Keynote kann ich das ja haben und dann gebe ich an, wie hoch groß ist der Zeilenabstand. Ja, dann habe ich das Wort Lines hier. Dann heißt Lines aber Zeilen und nicht wie übersetzt wurde Linien. Falsch. Falsch übersetzt worden. Das andere auch aus Keynote. Ich habe zwei Objekte, die will ich gruppieren. Der Eintrag im Menü dafür heißt Group. Das Group ist übersetzt worden mit Gruppieren. Das, was dann erzeugt wird, ist eine Gruppe auf Englisch Group. Also wird auch, wenn es Gruppe heißen müsste, angezeigt als Gruppieren. Ein ganz komischer Fehler. Und das Kurioseste da ist, den genau gleichen Fehler gibt es in PowerPoint auch. Komisch. Also ich weiß nicht, ob da die gleichen Übersetzer dran gesessen haben oder wie das passiert ist. Hier vielleicht noch ein Kuriosum. Da musste ich sehr lachen. Wenn ich Windows verwende, um mich mit dem Internet zu verbinden und mache das nicht über den Router, sondern mache das direkt, dann kann ich ja hier die Daten eingeben und unten steht in blau ein Link, da steht I don't have an ISP. Also ich habe keinen Internet Service Provider. Da kann man dann eine Auswahl wählen zwischen Internet Service Provider. Ins Deutsche wurde das übersetzt und im Deutschen ist es offensichtlich viel prekärer, denn da steht es gibt keinen Internet Dienstanbieter. Naja, gut, eine Fehlübersetzung an dieser Stelle. Wichtig aber auch, wenn ich übersetze und jetzt wieder Englisch auf Deutsch, Grammatikunterschiede bedenken. Im Englischen kann man nicht unterscheiden zwischen einem Infinitiv und einem Imperativ. Und das ist ein Problem. Schaut euch da mal das an. Unterhalb des Striches steht Join the Office Insider Program to get early access to new releases. Das richtet sich offensichtlich an den Nutzer. Also man kann dann anklicken, daran teilnehmen. Der Nutzer sagt dann, nimm daran teil. Der Nutzer gibt den Befehl. In der Übersetzung steht, nehmen Sie am Office Insider Programm teil, um früh Zugriff auf neue Versionen zu erhalten. Das ist Unsinn. Denn dann müsste ich jetzt meinen Computer siezen, anstatt dass ich ihm einen Befehl gebe. Hier wurde so übersetzt, als sei das ein Hinweis gewesen an den Nutzer. Nehmen Sie doch mal daran teil. Könnte das auch heißen, wenn man es ohne den Kontext übersetzt. Und das ist hier wieder das Problem. Das gibt es manchmal auf Buttons. Da steht Close und dann steht da auf dem Button Schließen Sie. Und dann muss ich immer lachen, weil ich den Computer offensichtlich sieze. Ganz kurios passiert hier in Google Sites, die ältere Version von Google Sites und da kann man eine Ersetzung vornehmen und kann sagen, ich möchte eine Datei ersetzen durch eine andere, zum Beispiel ein Bild durch ein anderes. Und da ist an irgendeiner Stelle offensichtlich das Wort Replace mal übersetzt worden mit Ersetzen Sie folgenden Codeabschnitt. An einer ganz anderen Stelle sicher. Aber jetzt steht hier auch für dieses Dateiersetzen im Deutschen Ersetzen Sie folgenden Codeabschnitt auf diesem Button. Also wieder mal so eine Fehlübersetzung vom Englischen ins Deutsche. Und noch eine davon habe ich und dann ist es auch genug damit, hier in diesem Programm Pixelmater ist auch mehrere sehr lustige Übersetzungsfehler passiert, wo aber auch man offensichtlich ohne Kontext übersetzt hat, offensichtlich einfach mit einem Wörterbuch. Also schauen wir mal hier, das ist die Anpassung für eine Menüleiste, für eine Iconleiste und da steht dann ziehen Sie Ihre Lieblingswerkzeuge in die Werkzeugpalette, schön, das machen wir jetzt und dann haben wir hier oben so eine Auswahl und da steht einfach Auswahl, Gemälde, retuschierend. Da ist das Wort Retouching mit retuschierend übersetzt worden, was es tatsächlich heißen könnte, aber retuschieren wäre natürlich hier das Richtige gewesen. Dann guckt euch mal die Icons selber an und was steht da? Das Vorletzte, da steht Beschneiden für Cut, da müsste eigentlich nicht beschneiden, sondern zuschneiden stehen, aber das ist noch nicht so schlimm. Das Letzte, da habe ich davor gesessen und habe gedacht Scheibe, zu sehen ist ein Cuttermesser und dann steht da drunter Scheibe. Wieso Scheibe? Ja, im Englischen steht da Slice. Slice heißt zerteilen oder trennen, aber nicht Scheibe, aber Slice of Bread ist eine Scheibe Brot und da wurde auch offensichtlich einfach aus dem Wörterbuch übernommen und wurde hier Scheibe eingesetzt an dieser Stelle. Wir sind so weit durch mit den kulturellen Konventionen, haben aber noch wir sind so weit durch mit den kulturellen Konventionen, aber wir haben noch einen weiteren Aspekt, denn auch eine Software selber schafft Konventionen. Man könnte das auch als gewisse Kultur bezeichnen. Also wer Word zum Beispiel seit langem benutzt, der hat sich daran gewöhnt und Word setzt dann selber Standards durch die Art wie es ist und dadurch entsteht faktisch eine Konvention, dass eine Software vielfach genutzt wird. Das sieht man zum Beispiel daran, dass OpenOffice und LibreOffice dem alten Office von Microsoft so unglaublich ähnlich sind. Das heißt, die Konventionen des alten Office sind da einfach weitergetragen worden. Im Prinzip kann man sagen, es ist ein Abklatsch, eine Kopie an dieser Stelle, der da gemacht wurde. Mittlerweile haben die sich auseinander entwickelt, aber wenn man die damaligen Versionen mal vergleicht, also so ein Office 97 und das damalige StarOffice oder LibreOffice oder LibreOffice gab es da noch nicht, OpenOffice dann, das ist sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Deswegen wird das halt so gerne nachgebaut, das kann man verstehen. Jetzt ist das Problem, wenn ich eine Revolution mache in der Nutzungsstittstelle, hier sehen wir mal Word 2003 und Word 2007, da sind diese Ribbons halt eingeführt worden, dann bestehen Probleme und zwar für viele Leute, für die erfahrenen Nutzer, denn die finden sich auf einmal nicht mehr zurecht. Alles ist woanders, alles funktioniert anders, schrecklich, um Gottes Willen, wie konnte man denn sowas machen? Wissen die bei Microsoft überhaupt nicht, was sie tun? Das hört man dann immer. Und aber auch für Anfänger, denn alles, was es an Tipps und Tricks gibt und was einem jemand sagen kann, es stimmt auf einmal nicht mehr. Das heißt, man muss ganz anders auf einmal daran gehen. Das heißt, man sollte sich überlegen, ob man sowas macht. Aber hier hat man es offensichtlich für sinnvoll gehalten und ich glaube, es war auch eine gute Idee, denn es entrümpelte das Ganze doch sehr. Wie kann man dem Problem begegnen? Kann man das irgendwie noch verbinden? Ja, kann man. Und man hat das auch gemacht, denn zum Beispiel alle Tastenkombinationen von vorher funktionieren noch. Das heißt, man hat für, sagen wir mal, für die wirklichen Power-User, zumindest hat man das angenommen, dass die die Tastenkombinationen nehmen, es so gelassen, dass es so bleibt, dass also die Konvention erhalten bleibt. Aber trotz alledem hat man natürlich ein großes Wagnis eingegangen und ist es hier auch eingegangen an dieser Stelle. Man sollte sich das also überlegen, wenn man eine Software hat und möchte wirklich mal eine richtige Grundreform machen, alles neu, man stößt vielen Leuten damit vor den Kopf. Also solche Änderungen wirklich nur mit Bedacht und vielleicht eher nicht machend. Windows 8 ist so ein Beispiel, wo es mal wirklich überhaupt nicht geklappt hat. Aber ich wollte ja nicht mehr über Windows 8 sprechen. So viel soll es gewesen sein für dieses Thema der Konformität und Konventionen. Mit einer Ausnahme, es gibt noch ein Zusatzvideo, was ihr euch angucken könnt, aber nicht unbedingt müsst, über Hersteller- Styleguides und über Styleguides überhaupt. Das hätte den Rahmen sehr gesprengt, wenn ich das hier noch mit untergebracht hätte an den entsprechenden Stellen. Und dann geht es noch weiter mit einem kleinen Blick über den Tellerrand, ein paar Ausblicke, zum Beispiel auf den Bereich Barrierefreiheit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020